Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu der Unreal Engine erstmal und zum Schnee, das wäre das zweite was wir machen und zwar haben wir letztes Mal angefangen, wir haben uns das letzte Mal eine Material Function als Schnee erstellt und ja das ist ganz nett, aber wir haben es extra als Material Function und nicht als Material erstellt, damit wir eben später sagen können, okay Schnee ist nicht der ganze Glotz, nicht der ganze Glotz ist aus Schnee, sondern es ist immer nur die obere Spitze sozusagen, also das was ich auch wirklich, wo Schnee drauf liegen bleibt. kann ist aus Schnee und nicht alles ist aus Schnee, sonst wären wir hier, naja sonst hätten wir einfach ein Material nehmen können, aber das macht keinen Sinn, zum Beispiel hier unten beim Lava Block macht natürlich Schnee überhaupt keinen Sinn und an der Seite, da fällt er in den meisten Fällen auch runter, aber ja genau das wollen wir heute hinbekommen und zwar mit Layered Materials, aber ich brauche erstmal noch eine zweite Material Function und wer jetzt gerade nicht weiß was Schnee, Material Functions und so weiter sind, der möge sich bitte meine Playlist angucken, die hat mittlerweile über 40 Videos, es werden noch weitere hinzukommen, keine Sorge. Aber ihr solltet wissen, was ich hier gerade mache, denn ich kann nicht alles fünfmal erklären, sonst hätte ich die letzten Videos nicht gebraucht. So, ich habe jetzt hier einfach nur Copy-Paste und ich werde jetzt aus diesem Bump Material, das ist dieser Brick Teil hier, werde ich ein neues Material, eine neue Material Function erstellen, die nenne ich jetzt einfach mal Bricks und die wird dann einfach ganz normal hier eben genau das zurückgeben und zwar als Make Material Attributes. So, und ja, jetzt habe ich hier im Endeffekt nichts anderes gemacht, ich rekreiere im Endeffekt genau diese, ich habe vergessen, was da rein muss, ich rekreiere im Endeffekt genau dieses Material hier, aber als Material Function, wo haben wir es denn, Roughness, dann war, das ist Ambient Occlusion und das letztes Normals, genau, Ambient Occlusion und die normalen hier, so, wundervoll. Und ja, das ist im Endeffekt jetzt genau dasselbe, wie wir gerade eben hatten, nur eben als Material Function und nicht mehr als Material und das können wir jetzt in unserem neuen Layered Material benutzen. So, wir erstellen ein neues Material, diesmal keine Material Function, Vorsicht, und die nennen wir jetzt einfach mal Layered Schnee, weil wir gut denglischen können, wie wir offensichtlich sehen. Und, ähm, ja, jetzt haben wir hier die Möglichkeit eben Material Functions, das sind die mit den blauen Balken hier unten, oder wenn man drüber fährt, sieht man auch Material Function, ähm, einfach reinzuziehen und dann sehen wir hier, boom, mega einfach, ähm, und jetzt kann ich die einfach hier benutzen. Aber, wie benutze ich die, äh, das passt nicht ganz rein, deswegen, ja, muss ich hier was umstellen und zwar bei Layered Schnee einfach draufklicken, dann habt ihr hier unten die Möglichkeit, Use Material Attributes zu benutzen. Und dann kann man hier tatsächlich mit Material Attributen arbeiten, das heißt, jetzt könnte ich hier zum Beispiel meinen Schnee reinstecken und hab hier plötzlich einfach wieder aus meiner Material Function ein Material gemacht. Ziemlich lame, ähm, außerdem hab ich die Bricks nicht benutzt und wenn ich die jetzt hier reinstopfe, dann verschwindet logischerweise wieder die andere Verbindung. Aber, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das so genannt zu Blenden. Und das heißt, wir sagen hier einfach Blend und, ja, jetzt sehen wir hier, wir haben sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten Layern, also hier gibt's einen ganzen Block nur mit Material. Material Layer Blend. Wir haben hier extrem viele Möglichkeiten, ähm, wie wir das irgendwie layern können. Da könnt ihr gerne mal irgendwie ein bisschen selber ausprobieren. Multiply bedeutet einfach, ich lege zwei Layer übereinander und multipliziere die dann miteinander, ähm, aber das ist eher was für eine Photoshop-Serie, würde ich mal sagen. Wir brauchen jetzt hier einfach nur ein simples Layern und zwar, wir sagen oben und unten und Alpha. Alpha werden wir uns gleich angucken. So, und das, was rauskommt, ist logischerweise am Ende unser Ding, ähm, unser Layered Schnee. Und das, was wir reinstopfen, naja, gut, das ist jetzt ein bisschen problematisch, denn wir haben hier drei Inputs und das heißt, wir brauchen erstmal drei Inputs hier. Okay, zunächst einmal Base Material. Was bedeutet wohl Base? Nein, nicht Gander Space Machine und auch nicht Base, ähm, sondern hier ganz normal einfach die Bricks. Das ist im Endeffekt unser grundlegendes Material, was wir hier reinstecken wollen. Das ist das, was unten liegt. Und wer hätte gedacht, das, was oben liegt, ist Schnee. Ähm, und nein, jetzt dürft ihr nicht versaut denken, tut mir leid. Okay, was wir jetzt aber noch nicht haben, ist, wir sehen hier drüben immer noch nur die Bricks. Egal, wie ich das Ding mache, wir sehen, dass wir nichts sehen, aber es ist auf jeden Fall kein Schnee da. Also, theoretisch sollte ja hier überall mal Schnee ein bisschen rum, zumindest rumliegen. Oh, wow. Okay, äh, das hatte ich, glaube ich, schon mal festgestellt, dass das nicht funktioniert. Okay, gut, ähm, ja, das Problem, was wir jetzt hierbei haben, ist, wir müssen irgendwie sagen, ab wann denn Schnee anfangen soll, beziehungsweise ab wann Schnee aufhören soll. Aktuell ist einfach der Default Value 0,0, was bedeutet, es ist immer kein Schnee. Und wir müssen jetzt hierher gehen und sagen, hey, ich hätte aber ganz gerne manchmal zumindest Schnee. Und das machen wir, indem wir hier mit World Aligned Blend arbeiten. Das heißt, World Aligned Blend. So, und das ist genau das, was hier rauskommt. Und jetzt haben wir hier eben genau das, was wir brauchen, nämlich Alpha. Und das ist das, was hier auch wirklich rein muss. So, und jetzt haben wir hier wieder ein paar Inputs, aber die brauchen wir diesmal nicht alle, wir brauchen nur zwei, und zwar Blend Sharpness und Blend Bias. Ähm, und Blend Sharpness werden wir hier einfach mal ganz normal eine Konstante verwenden. Äh, Konstant. So, und das wäre Blend Sharpness, habe ich gerade gesagt. So, und die stellen wir auf 10. Und jetzt haben wir noch den Blend Bias. Der Blend Bias, ähm, ja, wir sehen es hier eigentlich schon, wir brauchen eigentlich den Blend Bias gar nicht unbedingt. Wir können, ja, wobei, ich finde, nee, es ist eigentlich geil. Nee, wir lassen das so. Äh, Blend Bias wäre jetzt gewesen, wenn ihr irgendwie zum Beispiel noch, ähm, Konstante hier reinstecken wollt. Wir können es trotzdem mal ganz kurz machen. Konstante hier reinstecken. Und wenn wir sie auf 0 lassen, sehen wir, ist es mehr. Während wenn wir sie auf 1 setzen, ist es halt noch mehr. Ja, also das heißt, ja, ich kann hier im Endeffekt sagen, ähm, wie viel Schnee hätte ich denn ganz gerne. Ich mach das jetzt mal auf 0,5. So sieht's, so ist der Schnee ziemlich anhänglich gewesen. So ist es, glaube ich, recht realistisch, dass er bis zur Hälfte ungefähr liegen bleibt. Und, ja, ich finde das ganz hübsch so. Und was wir jetzt hier eben geschaffen haben, ist, es bleibt der Schnee obendrauf liegen. Aber er ist halt nicht die Gun, also nicht überall. Und das ist jetzt natürlich ziemlich geil. Denn jetzt kann ich hergehen und kann das auf meinem Cube anwenden. Ich muss es natürlich erstmal speichern. Ihr wisst, das dauert bei mir immer ein bisschen. Irgendwie, ähm, naja, das Aufnahmeprogramm, wie schon gesagt. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, das hier drauf zu ziehen. Und jetzt wird automatisch berechnet, wie das ganze Ding aussehen muss. Und das dauert leider auch sehr lange. Und wir sehen, okay, sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ähm, wir haben jetzt hier offensichtlich einen kleinen Hocker. Aber, ja, wir sehen, wir sollten vielleicht diesen Bias als Variable auslagern. Und, ähm, ja, oder vielleicht hier drin einfach ein bisschen ändern. Der Bias ist hierfür offensichtlich zu viel. So, und, ähm, speichern das wieder mal. Gucken's uns an. Dauert. Na komm. Please. Ja, also gar nicht mal so schlecht. Ich finde, so sieht es eigentlich ziemlich cool aus. Deswegen Bias auf Null war eigentlich die Option, die ich am Anfang drin hatte. Und, ähm, ja, das sieht eigentlich echt geil aus. Und was wir jetzt eben geschaffen haben, ist ein Layered Material. Das heißt, wir haben zwei Schichten an Materials, nämlich einmal oben Schnee. Und das passiert eben, wenn wir recht weit oben am Block sind. Und unten haben wir Brick. Aber ihr seht's hier sogar an den, ähm, einzelnen Normalen, die nach oben zeigen. Das Ding ist wirklich von Normalen abhängig. Da ist immer noch Schnee dran. Und ich finde, es sieht schon sehr, sehr schnieke aus. Ähm, da könnt ihr gerne mal noch ein bisschen mit rum experimentieren. Vielleicht noch ein paar weitere Blends ausprobieren. Und ja, ich denke, da kommt auf jeden Fall was Cooles bei raus. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.